Herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge Angezaugt. Nachdem wir als Piraten ins Meer gestochen sind, habe ich mir gedacht, wir müssen nochmal was mit Wasser machen. Ein Spiel, welches sogar kostenlos auf Steam verfügbar ist. Ein Spiel, welches eine Wertung hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es hat Leute vor dem Umbringen bewahrt. Und, haltet euch fest, es ist definitiv nicht langweilig. Wir reden natürlich von einer Angelsimulation und wir werfen immer einen Blick drauf. Was soll ich ganz kurz zum Spiel erklären? Ja, folgendes. Wir sind ein fleißiger Angler, können uns hochleveln und können die dicksten Fische an Land ziehen, die wir überhaupt haben. Mal sehen, wie wir uns hier schlagen. Viel Spaß damit und am Schluss des Videos würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein kräftiges, deftiges Däumchen erlasst und ein Fazit unter diesem Video schreibt, was ihr von dem Angelsimulator haltet. Würdet ihr euch das Game kaufen? Ja oder nein? Ich bin auf jeden Fall sicher, ihr würdet alle zugreifen. Los geht's! Herzlich Willkommen Leute! Heute ist ein Tag, an dem wir euch das geilste Spiel ever zeigen. Wir haben einfach mal auf Steam geguckt. Der Masel und ich, war das okay. Und der Masel hat gedacht, Trophy Simulator ist ein gutes Spiel. Herzlich Willkommen! Bevor sie anfangen zu spielen, empfehlen wir ihnen ein kurzes Tutorial abzuschließen. Durch unsere Aufgaben werden sie abhängig von der Schwierigkeit, was? Schierigkeit der Aufgabe belohnt werden. Öffnen sie den Tubus mit den Angellerruten. Dort werden sie alle, da werden sie an der Liste aller verfügbaren Angellerruten sehen. Ich gehe auf Beginn jetzt, ja? Ja, ich auch. Wo habt ihr das denn? Das ist ein Online-Angelsruten. Ey, Curry! Curry! Weißt du wie mein Angel heißt? TF500! Das ist ein Zeichen! Tobi! Ja stimmt, meine heißt auch TF500! So, warte mal, öffnen sie einen Slot mit Angelruten. Ja, wie denn jetzt? Habe ich jetzt was geangelt? Nee! Was ist das? Oben ist... Oh, guck mal oben! Ihr müsst auf 3 oben drücken! Passiert was? Was ist das? Go! Wie, auf 3 oben? Was ist das denn? Gar nichts, Alter! Oh, ich habe jetzt 200 Münzen gekriegt! Hä, ist das Casino? Hä, ist das Casino? Was ist das denn? Casino! Hä? Was ist das denn hier gerade, Alter? Ich habe hier oben, wo der Kle... Oben rechts... Da ist ein Ball ganz links. Da steht eine 3, Manu. Äh, Manu. Den Brief mit ihrem Gewinn und der Gratulation. Manu, Alter! Alter, der Peter hier, der sagt mir, wie es geht. Was mache ich denn jetzt hier gerade, Alter? Da haben wir noch 1000 Blitze. Ja, du musst halt warten, bis sein Ding da irgendwie wackelt. Und wenn er drunter gezogen wird, dann musst du ganz schnell rechtsklicken. Oh, es wackelt. Nee. Aber erst wenn es unter Wasser geht. Jetzt! Und jetzt rechtsklick! Ja, komm! Ja, Mann! Was ist da dran? Ein Schuh. Nein. Der ist abgehauen. Gratuliere es. Sie haben eine neue Trophäe. Gründling. Oh, ich habe eine Silberkarrausche gefangen, Alter! Ja, ja, ja! Nice, Marcel, Alter! Silberkarrausche! Ich habe doch einen Gründling, Junge! Ey, ich will Auberdaben! Warum habt ihr denn alles? Muss ich hochziehen, ne? Ja. Mit Rechtsklick, ja. Nur wenn es wackelt... Ja, wenn es runter... Unter Wasser ist. Wenn es ganz untertaucht. Wenn es wackelt, dann sind es wahrscheinlich einfach nur... Boah! Was ist das denn? Ich habe einen Gründ... Oh mein Gott! Er hat einen Gründling, ja nice, Mann! Ich will auch einen Gründling. Da weiß einer, da weiß einer, Leute! Kann ich den auch wieder rein? Kakaosischer Grundelfisch, Alter! Ich fange hier die ganzen... Weiß ich nicht... Exoten, da fängt die Exoten! Ich habe einen Schwarzmundgrundel, Freunde, Alter! Jetzt geht es los! Da hat irgendjemand sein Terrarium hier im Wasser aufgeschüttet, ey! So viele Fische gibt es doch gar nicht! Fangen sie fünf Fische um zu zeigen, dass sie wirklich gelernt haben! Ja, krass! Ich habe richtig gelernt! Ey, da habe ich schon lange, ey! Boah! Ich stelle jetzt eine zweite Angel auf! Hä? Wie? Was? 399 brauche ich dafür, habe ich! Ich habe drei! Toll! Was? Du willst dir jetzt schon eine neue Angel kaufen? Ja, die alte bringt ja nicht mehr, ey! Ich werfe mal nach rechts! Funktioniert nicht! Da weißen keine Fische an, oder was? War der schon mal angeln? Nee! Wobei ich war dabei, als jemand angeln war! Ah, uhr Schläfergrundel! Ja, hammergeiler Typ, ey! Der wird ja noch richtig berühmt hier, ey! Richtig widerlich, ey! Was ist das für ein Scheißfisch? Echt eklig! So! Nächste Runde! Ich glaube, jetzt kommt was Dickes! Ich glaube, ich habe gleich eine Route hier, ey! Ja, ich glaube dann auch, Jungs! Komm schon, Fischi! Rechts! Ja! Auf den Köder gekackelt! Und jetzt habe ich hier drei Haken zur Aussage! Ah! Ja! Ja, genau! Du musst auf den rechten klicken! Auf den großen! Und da ist bei mir gar kein Köder angezeigt! Nur Brot bei den anderen beiden! Ich habe Perlenaustern! Hanfkuchen! Was? Oh, der Hanfkuchen! Was geht los, Alter? Wie geht's, ey! Junge! Dann haben wir einen goldenen Twister! Nice, Alter! Und Kartoffeln! Ich glaube, ich muss noch einen Fisch fangen, dann passiert irgendwas! Ein Brot! Ich habe einen Brot dran, oder? Geil! Wie kann ich da Brot aussuchen? Habe ich da jetzt dran? Rechtsklick! Wohl! Wie kann ich da Brot jetzt aussuchen, Curry? Ich kann einkaufen gehen! Kann ich da noch ein Lippurbus Brot dran machen? Ich habe einen geilen Boom jetzt, Leute! Jetzt ist es los! Geilen Boom! Und jetzt? Boah, geil! Ich habe wieder eingeworfen! Ne, ich muss noch vier Fische fangen! So! Okay, Köder, Leute! Hier! Brot! Oh! Wie kann ich das denn aussuchen? Curry, wie kann ich da Brot aussuchen, Curry? Habe ich? Komm, 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 komm! Ey, du hast doch Brot von Anfang an schon dran! Ja, aber ich klicke drauf da... Ja? Oh! Okay, doch nicht! Aber bei Kartoffeln steht jetzt auch Brot! Bei Kartoffeln steht auch Brot? Was machst du da? Ich klicke da drauf, da steht Brot! Können verschiedene friedliche Fische werden! Wir konzentrieren, Mann! Ich muss angeln jetzt! Okay! Verstehe ich! Habe ich jetzt eine Kartoffel da dran, oder was? Nicht zu laut sein! Ja! Bisschen ruhiger bleiben, Jungs! Ich hab'n Grün... Ach so, hatte ich grad schon! Wie er sich freut! Der ist richtig höher! Ja, habe ich jetzt eine Kartoffel da dran? Woher weiß ich's dann? Oh! Oh, da hat einer gewissen! Siehst du doch rechts! Komm, schaut! Wollt das dranhängen! Oh! Ah! Amorschläfergrundel! Ja, geiler Typ, Marcel! Ist doch wieder hier! Ich weiß hier gar nix mehr! Kann das sein? Leute, ey! Meint ihr, die gewinnen damit was? Vielleicht hab ich den falschen Haken drin, Mann! Ich muss, ich muss vielleicht mal nen kleinen Haken wieder reinballern! Weil hier schwimmen ja nix an der Oberfläche! Oder, oder man muss einfach mehr Geduld haben! Ich bin grad in der Top-Platzierung bin ich, äh... Da ist doch irgendwie neuer mal eingewohlt wie ein Loch ist! Oh! 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 Michelleker! Der Hanf Kuchen, da hängt drin'! Da hängt drin', der Hanf Kuchen! Hans Kuchen Der Hans Kuchen Bertha Wer sich das jetzt noch anguckt, das weiß ich auch nicht Meinst du, da sitzt dann einer und macht so Ich stelle mir so vor, wie einer das so spielt Die Angel raussicht und lehnt er sich so da hinten Und macht so die Arme nach oben Richtig genießen, richtig genießen Und dann, so wie ich gerade Ventilator noch nehmen an, dann denkst du mir, du hast Meeresluft Dann machen wir mal Brot Der Dennis genießt das gerade richtig Aber mein Hanfkuchen weiß keiner mehr an Hallo Nehmen wir da einen Einmal werfe ich noch aus jetzt Ey, ich glaube meine Angelkarriere ist vorbei, Leute Einmal einen Hanfkuchen weiß keiner an Ich will noch einmal einwerfen Ich wechsle mal die Ansicht Ey, wie macht man das denn? W-A-S-D, guck mal, kannst du auch laufen Wann, ernsthaft? Ne, kannst du dich nach links und rechts bewegen Probier mal da drüben Oh, das hat geklappt Okay, Angel, komm Oder? Komm, jetzt führ ich jetzt Das Ding wackelt Komm, 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 komm Ey, da muss man ein Feingefühl haben, Leute Oh, Modalischen Warte, ist das denn eine Blume, oder was? So, jetzt aber Und das Geile ist, ich bin hier Das Geile ist, ich bin hier am Angeln, weiß Und ich hab mein Fenster auf Und ich bin auch so Ich hab ein roter Auge Schön naturbelassen, ey, Junge Schön klebe Die Rute auswerfen Alter, wie geil Oh mein Gott Was ist das denn? Ein Blauwal Ja, auf jeden Fall Hast du einen Tobi geangelt, oder was? Ne Braxe Ey, bei mir kommt nichts mehr, Leute Du hast nur den weggeklickt, ey Wie habt ihr das gemacht? Meine Karriere ist vorbei Komm her, was hab ich Boah, ich hab nen Zobel, ey Der Zobel Hey Curry, jetzt war im Ernst Wie machst du das denn? Ich glaub, du musst einen anderen Haken auswählen Welchen Haken hast du ausgewählt? Ich hab den großen Ne, mach mal die mittleren, der ist gut Meine Angel ist kaputt Die fliegt hier durchs Bild Mach mittleren und Brot Mach den Brot, Alter, oder Wurm Der will auf seine Angel gleich in den See rein, Alter Junge, die ist kaputt Die fliegt nach links und rechts Alter, noch ne Braxe, ey Was geht ab, Leute? Ich knall euch alle Okay, auf den kleinen mal im Brot, ne Und auf den mittel, oder? Dann mach mal den mittleren Genau, den mittleren Haken Wollen sie das Spiel verlassen? Ja Nein Was? Junge, nein Oh, ich hab ihn wieder warm geworden Ich hab noch einen Oh, fuck, der ist wieder abgesprungen, Alter Ach, das klippt doch nicht Junge, ihr müsst, ihr müsst nicht meine Ruhe nachfragen hier Okay, pscht, komm Okay, sorry Fokussiert Die Vögel auch so Hä, wer macht dann jetzt? Hä? Kommt sie runter, kleiner Freund Hey, was war das denn jetzt hier? Ich hab ihn Und, was hast du? Ich hab den Motherfucker, warte Oh, der ist schwer Hä? Ein Zwobel Ja, nice, Alter Ein Zwobel Erstmal drei Blitze machen So Leute, es läuft Die Karriere läuft Wir werden zum ultimativen Fischer, Leute Es läuft Zwei muss ich noch fangen, Alter Das ist alles in Ordnung Oh Da komm Da kommt schon wieder Oder Nieschen, Joja Das ist einfach mein, mein, mein Boy Was soll ich denn hier machen, Alter? Kriegt ein bisschen Wingenmuster auf die Oberfläche hier Und dann soll ich... Ich hab wieder einen, Leute Alter, ey Boah, das ist was krasses Das ist so spannend Eine Praxe Ja, nice Jetzt geht es los Ja, jetzt Er hat die Praxe erreicht Dann kann es Kann sogar aufgehen Wann hab ich denn? Hä? Hier ist eine Frau Die ist nackt Hä? Ja, du bist ja über zwei, Junge Oh, du geiles Stück, du Ich mach mal die Facecam aus Ne, was? B.M. Baby Was habe ich dir denn geholt? Jetzt angehe ich den richtigen Wahl, Junge Ihr könnt mich mal jetzt Komm In dem Teich Ich schwimmt da herum So, Leute Ey, ich hab jetzt ne Motte Ich hab so einen Boah, ich geh jetzt ganz tief Curry, ne? Dicken Schwann Ich geh jetzt ganz tief Curry, okay? Ball Curry Ball Meinst du, ich schaff das Curry? Ich hab' gegangen, ey Curry Was denn? Ich bin jetzt ganz tief gegangen, okay? Mit Motten Ja, ich bin auch ganz tief mit Wurm jetzt Also, einen fetten Haken Also, das ist jetzt ein richtig geiles Ding Könnte klappen Ey, ich hab sogar einen Was? Oh Gott Was ist das denn? Oh, die Angel, die arbeitet wie ein Frechdachs Ich hab' Ein Frechdachs, Alter Ey Ich schmeiß da was runter Mit einer Motte In der tiefsten Ecke Und dann kommt wieder ein Grundi, Alter Ganz ehrlich Ja, Motte ist nur für kleine Fische, Mann Ah Was ist denn für weiße Hai? Wurm ist für große Fische Mensch Aber das Anbeißen dauert halt Deswegen muss ich jetzt Geduld haben, ne? Müssen wir mal irgendwas kaufen hier Das kann ja nicht wahr sein Einen Zander kann ich mir da dran kleben Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ich geh mal kurz einkaufen, warte mal Ja, mach mal Teig Kann man da Teig dranhängen? Ries Leute, das ist Schönen Keksteig Boah, Teig Boah Pfff Komm, weiter geht's dir nächste Runde Komm, müssen wir mal was kaufen hier jetzt hier Ne Ist doch eigentlich klar, dass wir das jetzt seit 20 Minuten stehen? Ja, das ist echt traurig, ne? Also ganz ehrlich, wir haben nichts besseres zu tun als hier Was? Aber ich eh angel, in den See zu werfen Was, Leute? Nein, Zander Ich bin rein Aber du hast das so heute gemacht? Ja, du, ey Da wurde ne Loxe geangelt Jungs, ey Ne Brochse oder wie die heißt Ja, Leute Man sieht schon Ein Erfolgsgarantier auf Steam Heißt Wie heißt das Spiel überhaupt? Profi Fishing 2 Profi ist kostenlos, Leute Ist sogar kostenlos und es ist nicht langweilig Mit Achievement Können da kaufen Und es ist nicht langweilig Es steht echt in der Beschreibung Es ist nicht langweilig, Leute Greift zu Aber ihr habt es ja auch jetzt gesehen Von Fans für Fans Das ist einfach geil Masel Und das sagen wir nicht nur, weil wir alle 5000 Euro auf die Kralle gekriegt haben Und wir hier promoten Ja Traurig, eigentlich Das macht wirklich Spaß Also wirklich richtig Traurig Die denken jetzt bestimmt wirklich, dass wir Geld dafür kriegen So, weißt du? Ja, eigentlich müssen wir da auch Geld dafür kriegen, ey Was ist das denn hier? Aber Stay mit Marcel, so Fazit heute Also ich, ich, ich fang gerade einen Fisch, ne? Also ich bin ganz, ganz glücklich mit dem Echt, wann hast du den gefangen? Alter, bratschen ohne Ende und Karaufen und Warte, komm, einen muss ich auch noch rausholen, Alter Sonst wird's Ja, Mann, einen müssen wir noch, ne? Also Hanfteig ist echt nicht drin, Leute Die Mission, die hier gerade ist, ich verstehe einfach nicht Ich soll den einfach alleine machen lassen Der, der, der angelt hier seit ungefähr einer Minute von alleine Ich hab die Maus nicht mehr in der Hand Ich find's auch schade, dass wir keine drei Angelrouten nebeneinander stellen können Ich glaub, das kannst du sogar irgendwann Das ist ja unser Pluszeichen, ey Dann geht's los Dann geht's los Ja, Leute Kauft euch das Spiel Also, kostet es 400 MB groß Auch für Leute, die schlechtes Internet haben Ein Erfolg Man hat an alles gedacht Da kann man sich aber auch schon mal eine neue Festplatte verkaufen, ne? Damit da auch genug Platz hat Ey, die haben an alles gedacht, Marcel Guck dir das doch mal an Die haben sogar an die Leute gedacht, die keinen Internet haben Und ich hab nochmal einen Zobel geholt zum Schluss, Leute Der Zobel, der wird nochmal rausgekurbelt damit, der Zobel, ey Das sag ich mal, ne, Leute Curry Fazit Alter Ey, guck mal, hier kann Das ist genauso scheiße, wie wir erwarten Ja, Braxe, Junge Braxe, Mann Ey, guck mal, wir können gar nicht mehr aufhören, Leute Wir wollten schon vor zwei Minuten abwarten Wir können gar nicht mehr aufhören Das ist echt traurig Oh, ich hab schon wieder einen Fisch, Leute Ich will ne, 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 Braxe Geh los hier, meine Karriere So Oh, hier Morgen kriegen wir bestimmt so eine E-Mail von so einem Anglerverein oder so Dann dürfen wir da hinfahren Pass auf Ja, geil, Alter Schönen neuen Teil auf der Gamescom angucken Ja, genau Äh, wo warst du? Ja, war jetzt COD und du Ja, ich war Trophy Fishing 3 angucken Trophy Fishing 3, Jungs, ey Das ist aber der Titel des Jahres Kostet 10 Euro Ist ein Vollpreis-Titel Warum kommt der Fisch denn immer raus, ey, boah Und ich hab wieder was Ein Güster, Alter Hä, warum kommt so Musik auf einmal Ich nehm jetzt ne Motte hier, ist mir scheißegal Äh, Güster hab ich aber auch noch nicht gesehen Ja, Leute, dann verabschiede ich mich mal, ne, der Karriere ist voll drin Macht's gut, ey Das ist der Das ist das tollste Spiel der Welt 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 Das ist das tollste Spiel der Welt